Moin Moin, das Online-Spiel Wer ist Tim? funktioniert ganz einfach. Ihr sucht euch alleine oder mit Freunden zusammen einen Livestream auf einer sozialen Plattform, zum Beispiel Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, was weiß ich was, wo auch immer. Dort stellt ihr die Frage, wer ist Tim? Reagiert der Streamer oder die Streamerin auf die Frage, dürft ihr zum Beispiel einen trinken, Wasser, Tee, Orangensaft, Zitronen, Limonade oder was auch immer, oder etwas anderes Lustiges machen. Ihr könnt natürlich, wenn ihr wollt, das auch einfach gegeneinander spielen. Da wäre es dann so, wenn der oder die ausgesuchte Streamer oder Streamerin sich am meisten mit dem Thema, wer ist Tim, auseinandersetzt, gewinnt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen. EGGY, sagt der Ektowolli. Tschüss.